Moin, mein Name ist Martin, wir müssen mal über Elden Ring sprechen. Das ist ein Action-RPG aus dem Hause From Software. Er ist letzte Woche rausgekommen, kostet 60 Euro, der Spaß. Und ja, worum geht es? Es geht darum, dass wir der Befleckte sind, der auserkoren ist, der nächste Elden Lord zu werden. Und dementsprechend müssen wir uns über eine riesige Map prügeln. Mit verschiedenen Bossen, mit verschiedenen normalen Mobs. Wir müssen unsere Waffen upgraden, wir müssen uns leveln, wir dürfen dabei nicht sterben, denn sonst verlieren wir unsere Currency und müssen halt wieder zu dem Punkt spielen, um unsere Currency zurückzubekommen. Und alles in allem ist es ein grandioses Spiel. Es hat einen fantastischen Soundtrack. Wirklich so fantastisch, dass ich ihn mir schon runtergeladen habe, um ihm am Auto zu hören. Einen Monat bevor das Spiel rausgekommen ist. Der ist ja schon ein bisschen länger verfügbar online. Ich muss sagen, ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe es jetzt, ich glaube, on-stream insgesamt 20 Stunden gespielt. Plus, minus. Wenn ihr noch nicht dabei gewesen seid, bitte abonniert den Kanal. Dann können wir da gerne zusammen reingucken. Und ihr könnt mich shit talken des Todes, weil ich mal wieder irgendeinen Boss verkackt habe. Ist gar kein Thema. Können wir gerne machen. Aber es macht unglaublich Laune. Wir haben alles dabei. Wir haben Drachen dabei. Wir haben Hunde dabei. Wir haben Fledermäuse dabei. Wir haben die komischen, versteinerungsspuckenden Frösche wieder mit dabei, die es schon seit Dark Souls 1 gibt. Und es macht einfach Spaß, es einfach zusammenkommen zu sehen. Und das in einer kohärenten Art und Weise, wie ich es noch nicht erlebt habe. Und viele, viele andere Konto-Creator oder Spiele-Magazine haben den Vergleich schon angebracht. Es ist dieses Spiel, was einmal im Jahrzehnt auftritt und was man auf jeden Fall gespielt haben sollte. Das war damals Skyrim. Skyrim muss man gespielt haben. Davor war es Half-Life. Und dieses Once-in-a-Decade-Feeling habe ich mit diesem Spiel. Wie gesagt, ich habe aktuell 40 Stunden rein. Ich bin noch nicht mit der Story durch. Ich würde sagen, ich bin so 60% ungefähr durch. Das heißt, ich werde so 60 Stunden für einen Run brauchen. Ich bin kein absoluter Dark Souls-Crack, der alles First-Strike macht. Bitte, alter Mann. Aber ich habe auch Bock, nach meinem aktuellen Charakter, noch mindestens zwei weitere Charaktere zu spielen. Um halt die verschiedenen Spielstile auch ein bisschen zu erfahren. Das heißt, insgesamt werde ich da wahrscheinlich mit 140 bis 180 Spielstunden rausgehen. Bei einem Preis von 60 Euro. Ihr könnt es selber runterrechnen, dann kommt ihr irgendwann bei 30 Cent pro Spielstunde raus. Und das, Leute, ist vom Kosten-Nutzen-Faktor. Beautiful. Beautiful, genauso wie die Grafik, die dieses Spiel hat. Oh, King of Transitions heute. Ich habe Areas dabei, wo ich über einen Hügel reite. Vor mir erstreckt sich ein See im Hintergrund dieser gewaltige Erdenbaum. Der Story-Relevant ist. Story-Relevant möchte ich nicht allzu viel spoilern. Aber er ist das Kern-Ding der Karte. Man kann ihn nicht übersehen. Man sieht ihn von überall. Und das finde ich fantastisch. Aber es ist halt nicht nur diese Hügel. Man hat eine Unterwelt mit einem Kristallhimmel. Und das erste Mal, wo ich da runtergefahren bin, dachte ich mir so, oh mein Gott. Das Gleiche, was oben an Schönheit ist, ist hier unten auch nochmal an Schönheit. Und dieses Gefühl von Größe wird halt absolut bombastisch untermalt von der Musik. Es kommt einfach alles zusammen, was zusammen gehört. Story-mäßig möchte ich, wie gesagt, nicht spoilern. Deswegen halte ich mich da auch relativ zurück. Ich finde sie interessant. Es ist natürlich wieder eine From-Software-Story. Das heißt, ihr müsst euch sehr, sehr viel selber zusammenpuzzeln. Ihr bekommt es nicht per Mandatory-Cutscene gefüttert. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst mit den Charakteren sprechen, die ihr trefft. Ihr solltet natürlich nach Möglichkeit die Charaktere nicht töten. Und so weiter und so fort. Von mir. Definitiv eine Kaufempfehlung. Bitte. Abonniert den Kanal. Wir treffen uns im Livestream. Ihr dürft mich shit-talken, soviel ihr wollt, wenn ich mal wieder gegen einen Boss verkacke. Ja, kein Thema. Aber ich muss jetzt Elden Ring zocken gehen. Es geht nicht anders. In dem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr konntet was aus meiner Review mitnehmen. Wenn ja, bitte lasst ein Like da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, euch auch im Livestream zu sehen. Entsprechend wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß bei Elden Ring. Weil jeder von euch sollte das gespielt haben. Und dann Abfahrt. Gut. Alles klar. Bis dahin. Bis nächste Woche. Dann gucken wir uns wahrscheinlich Elex 2 an. Wenn ihr da Bock drauf habt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin macht's gut. Bis dahin. 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 Das war's. 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 Das war's.